naja wie gesagt berserker verpackt unsere truppen aber da sind die was ist auf die gewirkt ist das banden das banner des zorns oder was irgendwas macht hier schaden yo ho are we going to fight or what yo ho are we going to fight or what what lord i will still dance on their graves so dass wir die verlieren ist eigentlich in ordnung ich mal heilen was die viel bringt ich noch mal heilen at last the imperial fought the first victory of many we will not stop until the last intruder leaves our land hail to the great clan see even if we unite all our clans it won't be enough to crush the empire but we will easy my friends i have a plan i will go to the west with my best soldiers to negotiate with the elves as you know they are at war with the empire together we will wipe humans off the face of the earth ugdug warriors will join you in the great battle but be wary of the elves they can be as treacherous as humans and their hatred towards us has no bounds auch da ist noch was gedrobt was wir nicht einsammeln können und ja der schamane den wir als zusatz gekriegt haben hat schaden an unseren eigenen truppen gemacht das erklärt er in hohen damage bund mit den elfen die oxen entschlossen die imperialen eindringen aus diesem land zu vertreiben und gehen aus diesem grund einen unwahrscheinlichen bund mit den elfen ein ja neue karte orcs what do you want in louisville have you lost your way your lands are in the west in case you forgot our villages lie in ruins the imperial gods have invaded our lands destroying everything in their way i'm afraid we can't offer you refuge we won't share our forests with any other race we don't need shelter we've come to offer you an alliance against our common enemy the empire an alliance with orcs that's the most preposterous thing i've ever heard besides i don't have the authority to sign such official packs our sages will arrive soon they can make the decision i'm still not sure if i can trust you prove that you're not imperial spies destroy the imperial caravan that will be passing here soon no one in their right mind would suspect orcs of being imperial spies we hate humans as much as you do joe karavan oh we kriegen sogar elfen also da ist ein imperiales dorf are we going to fight or what moment was ist das hier zwiers korbos i have a word with you orc what is it oh short one we don't mean anybody harm we're looking for trinkets and old devices underground the mad shaman got it all wrong we're not digging up graves it was pure chance that we came across a bone or two in our excavations we'll give you some gold if you rid us of that mad man would two thousand in gold be enough for you i'd rather rid this world of the stinking goblins than kill one of my clan okay aufträge befreit die goblins von dem shaman der hatte ich damals stehen goblins bei ihrer schatz suche im weg hm ah da ist die menschenkarawane oh untote wollen sich auch einmischen we are ready my troops are under attack we are under attack my troops are under attack hmmm euch mal heilen die imperial jackels sterb die imperialen hunde are we going to fight or what tear them to pieces fall in here they are ach da ist auch sogar noch ein akkolyt und so okay das heißt wir ziehen uns erstmal zurück ach da oben ist auch noch eine stadt von den orcs at last hat's wie es noch andere angebote für uns ne was ist wir es eigentlich sieht aus wie ein goblin laden okay großes borok lager vernichten das kriegen wir hin ganz ehrlich klappern wir mal kurz unsere städte oh ja abdruck abdruck isch ne ruine da können wir nicht viel machen und das letzte hier gibt es wieder ziemlich viel sogar litschbehausungen und so ja wird sicher lustig oh ja akav den scheint es gut zu gehen noch wolfsgruben vernichten mhm das ding ist nice für meinen schamanen aber ja es gibt hier wieder sehr viel zu erkunden are we going to fight or what we destroyed the caravan let's forget the past and unite against the arrogant humans hold your hyenas clan chief you are brave and strong i can see that but will the other clans follow you i'm not sure they will there are a few orcish settlements that refuse to submit to you how can we conclude an alliance if your own clansmen do not recognize you as leader those orcs are barbarians who have forgotten their gods the true descendants of svern live in the north prove that you can make the other clans obey you and we'll join you in the war against the humans i can't believe this is happening it would be insane to destroy the crystal why on earth did we join the war do you want to live forever in that barbarous world side by side with orcs no of course not but it's wrong to form an alliance with somebody you despise that's politics my friend we are at war with the empire just like the orcs why not unite our efforts besides the orcs won't be so strong at the end of the war ja die wollen auf jeden fall versuchen uns zu hintergehen so wie es aussieht so aufträge erlangt die kontrolle über den abdruck clan und über den a kraft clan und ja den aktorknautendal werden wir jetzt gleich mal einnehmen und ja was wir aufpassen müssen ist dass wir mit den tödlichen sporen nicht ausversehen Leute treffen die verbündete sind Leute treffen die verbündete sind wir werden die Tödlichen Yoho Are we going to fight or what Are we going to fight or what At last Tear them to pieces 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 Now watch Here they are Tear them to pieces Tear them Tear them to pieces Tear them Tear them to pieces Wir kommen um die großen Ork-Klans in den Kahanath. Wir haben viel zu lange unter dem Imperial-Yoke. Es ist Zeit für die Hadefüllen Intrudern aus unserer Land. Judging von deinen Bannern, du sagst, dass du der großen Chief der Ork-Klans bist. Ich habe nie gehört von dir. Ich möchte ein paar Proof von deinem Identität. Was muss ich tun, um dich zu überzeugen, dass ich der großen Chief bin? Slauter all deine Soldaten? Oder brenn deine Hände mit einem Leitungsbult? Das ist nicht das Art von Proof, den ich suche. Die Geschichte sagt, dass der Erwachsener das Altar auf dem Mount Klorus sanktivieren wird. Es wird mit den Unvermögen. Und wir dürfen nicht da gehen. Wie könntest du die Unvermögen eure Altar zu lassen? Ich gehe da zuerst und schreibe die schweigen Kreaturen weg. Redo vernichten. Oh, der ist auch gleich hier drüben. Was sagt die Stadt? Der Great Chief, wir haben viel über dich gehört. Wer sind Sie? Und wo sind die Arbordrog Soldaten? Die Imperialen Gäste haben unsere Hände und unsere Altar gegründet. Viele von unseren Klansmen haben mit den Gottes gegründet, und die wenigen, die überwachsenen, die überwachsenen, in den woods sind. Wir werden sie verhindern. Wir haben bereits mehrere Imperialen Karavans gestritten. aber wir beginnen zu kämpfen. Ja, gut. Versteckte Guerillas, nicht der Gorillas. Mhm. Ja. Oh, hier ist ein imperiales Lager. Feind. Okay. Damit hätten wir das geklärt. Hier ist das große feindliche imperiale Lager. Rito vom Wolfsgrube vernichten. Ist irgendwie... ...ein bisschen ausgegraut hier gerade. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal... ...die Wolfsgrube vernichten. Und... ...ein... ...ein... ...ein...